Für mich ging es halt zum Abi bei meines Bruders, dafür ging es nach Ahlen zu meiner Family und dann habe ich mir erstmal ready gemacht. Doch irgendwie habe ich ein bisschen das Wetter unterstellt und es war einfach viel zu heiß dafür. Boah, es ist warm! Wir sind dann nach Rüberkochen gefahren, wo ich tatsächlich auch zur Schule gegangen bin und schon vor vier Jahren Abi gemacht habe. Ich kann es irgendwie gar nicht fassen, dass es einfach schon vier Jahre her ist. Es war tatsächlich eine ziemlich coole Veranstaltung und es war so komisch zurück zu sein. Ich war dann auch in meiner alten Sportumkleide und irgendwie hatte ich so Flashbacks, dass ich jetzt irgendwie Cooper-Test laufen muss oder so. Wie ihr seht, hat Timo und das Abi bestanden, nur mitgetanzt hat er irgendwie nicht mit der Ausrichtung, ich war krank. Am Ende sind wir dann nach Schalke gucken gefahren und naja, wir haben natürlich verloren, man kennt es.